Ich habe mit dem Programm vor zweieinhalb Jahren angefangen. Das war eine ganz neue Software. Ich habe das von Anfang an begleiten dürfen, sehr viel mit einbringen dürfen an Ideen, sehr viel Austausch mit dem Produktmanagement gehabt, sehr viel Spaß gehabt damit und bin sehr froh, dass wir heute so weit gekommen sind, dass wir heute hier stehen. Für unser Unternehmen eigentlich genauso. Wir freuen uns sehr, dass wir diese neue, innovative Software haben. Wir sind ja ein sehr altes Softwareunternehmen, schon über 50 Jahre alt. Eines der zehn ersten Softwareunternehmen eigentlich auf dem Markt. Und von daher sind wir froh, dass wir jetzt auch nach 50 Jahren noch Innovationen haben, was ganz Neues rausbringen können, was wirklich schick ist. Ja, und freuen wir uns sehr.